Ozone 11 ist ein modernes Mastering-Tool von Native Instruments, das fortschrittliche Algorithmen und künstliche Intelligenz nutzt, um professionelle Klangqualität zu erzielen und den Mastering-Prozess durch automatische Analysen und Anpassungen zu optimieren. Mein Name ist Thomas Foster und in diesem Tutorial gebe ich dir einen schnellen und leicht verständlichen Einstieg in Ozone, der Firma Native Instruments, ursprünglich Isotope. Schön, dass du am Start bist. Viel Spaß! Welcome to Thomas Foster Music Production. Ja, so schaut er aus, der neue Ozone 11. Und ich muss sagen, meine ersten Tests war ich extrem beeindruckt, denn früher habe ich den Master Assistant nicht so ernst genommen, weil das Ergebnis einfach deutlich schlechter war, als wenn ich selber das Mastering mache. Die ersten Tests, die ich heute mit 11 gemacht habe, meine Herren, das ist echt beeindruckend. Das klingt meines Erachtens besser als das, was ich selber einstellen würde. Aber fangen wir mal ganz vorne an, für die, die noch nicht so viel mit Ozone gearbeitet haben, mal einen schnellen Einstieg, wie das überhaupt funktioniert. Wir haben hier den wichtigsten Button, dieses Plus-Zeichen. Damit können wir Audio-Effekte laden und dann nehmen wir jetzt mal als schnellen Test den Equalizer 1. So, und jetzt muss ich hier mal umschalten, damit wir das auch hören, was der Ozone macht. Denn da können wir dann später vergleichen zwischen meinem Mastering und dem vom Ozone 11. Aber jetzt bleiben wir hier nochmal dabei und jetzt haben wir hier diesen Equalizer. Und da kann ich einfach so reinklicken auf diese Linie und da bekomme ich ein Plus-Symbol. Und jetzt kann ich da bereits hochziehen und habe ein Band gemacht, wo ich jetzt zum Beispiel bei 1 Kilohertz die Frequenzen ein bisschen im Konkreten um 3 dB anhebe. Mit diesen beiden Nobs kann ich auch die Bandbreite einstellen und das Ganze kann ich natürlich tun, während ich höre. Und ich kann auch auf Solo schalten, dann höre ich nur, was dieses Band genau macht. Okay, und jetzt könnte ich hier noch reinklicken und die Tiefen da ein bisschen rausnehmen. Machen wir noch ein bisschen mehr, damit man so richtig ordentlich hört, was diese EQ macht. Und jetzt könnte ich hier weitere Audioeffekte laden, wie zum Beispiel, was man meistens als letztes Modul oder zumindest eines der letzten nimmt, ist der Maximizer, wo ich einfach die Lautstärke nochmal anheben kann. Und natürlich, je mehr ich hier anhebe, desto mehr wird es komprimiert. Also es ist nicht nur die Lautstärke, es ist eigentlich ein Limiter, der immer stärker arbeitet und dadurch wird das Signal immer lauter, ohne zu übersteuern. Aber auf die Module gehen wir später noch ein. Ich wollte jetzt erstmal, dass man den Workflow dieser Software so ein bisschen versteht. Und jetzt habe ich hier ein- und ausschalte. Ich kann jetzt also sagen, jetzt will ich das mal ohne den Equalizer hören, indem ich da diesen kleinen blauen Einser-Button drücke. Oder ich kann auf Solo schalten, dann kann ich hören, wie klingt es denn ohne die anderen Effekte. In unserem Fall wird es einfach ein bisschen leiser, weil der Maximizer aus ist. Und ja, so kann ich mir das alles anhören, wie klingt es mit diesem Modul, wie klingt es mit jedem. Hier könnte ich auch nochmal Presets nur fürs Mastering laden oder Presets nur für den Equalizer. Ich kann auch eigene Presets erstellen, logischerweise. So, und so könnte ich jetzt hier ein Modul nach dem anderen laden und hier meinen Mix ein bisschen optimieren. Und die Reihenfolge auch dieser Plugins hat natürlich einen Unterschied, ob ich erst in den Kompressor fahre und dann die Klangbearbeitung mache oder andersrum. Also auch die Reihenfolge kann eine Rolle spielen und die kann man hier ändern. Und das ist prinzipiell der Weg, wie man mit Ozone arbeitet. Etwas, was neu dazugekommen ist, ist die Möglichkeit, dass man nicht nur den gesamten Mix bearbeitet, sondern nur die Vocals, nur die Drums oder nur den Bass. Tja, wie funktioniert das? Ich meine, in meinem Fall könnte ich dann das Plugin einfach nur auf die Drums legen, aber oft beim Mastering hat man ja nur ein Stereo-File und will das bearbeiten. Und dann ist es natürlich nicht möglich oder war bisher nicht möglich, nur die Drums oder nur den Gesang zu bearbeiten, weil man ja nur ein Stereo-File hatte. Das hier arbeitet aber mit künstlicher Intelligenz und separiert die Drums oder den Gesang. Und so können wir nur die Drums bearbeiten. Man könnte jetzt also mehrere O-Zones nehmen, einen, wo man nur den Gesang bearbeitet, einen, wo man den Bass bearbeitet, einen, hier den Bass, einmal, wo man die Drums bearbeitet. Ja, jetzt habe ich mich irgendwo vertan, aber ihr wisst, was ich meine. Und einen, wo man alles bearbeitet. So könnte man mit vier O-Zones hier schon sehr detailliert arbeiten. Schauen wir uns das kurz an. Ich gehe mal auf den Gesang und dann werden wir hören, wenn ich auf Gesang umschalte, dass diese extreme Bearbeitung, speziell den Equalizer hört man ja extrem deutlich, auf einmal nur noch auf den Gesang stattfindet. Und das ist der Grund, warum ich so eine extreme Bearbeitung gemacht habe, damit man das möglichst deutlich, auch dann, wenn es nur auf einzelnen Elementen hier passiert, hört. Ja, ihr hört, dass es wirklich immer nur auf diesen jeweiligen Bereich geht. Das ist multipliziert natürlich die Möglichkeiten, die man mit diesem Tool machen kann. Und etwas anderes, was nicht ganz neu ist, aber in der Qualität ist es neu. Ich habe vorher schon erzählt, ich habe bisher mit Ozone 9 gearbeitet und da habe ich gesagt, tolles Tool, aber den Master Assistant, den kann man sich echt schenken, weil wenn man ein bisschen was vom Mastering versteht, kriegt man bessere Ergebnisse hin. Das war mein persönlicher Eindruck. Heute hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass das Ergebnis, das Ozone von meinem Track gemacht hat, deutlich besser ist, oder deutlich auf jeden Fall besser ist, als das, was ich selber gemacht habe. Und ab da ist er natürlich für mich ernst zu nehmen, der Master Assistant. Um das zu testen, ich glaube, es wäre gar nicht notwendig, dass wir die Audio-Effekte wieder löschen, das würde er dann selber tun, aber ich lösche die jetzt mal. Und jetzt klicke ich da einfach diesen Button hier, der hier ganz oben in der Mitte ist, dieser rot-blaue Kreis, das ist nämlich der Master Assistant. Und jetzt schalten wir also auf den Assistant View um. So, möglicherweise, wenn ihr noch nichts gedrückt habt, startet jetzt automatisch bereits die Analyse und er sagt euch, dass ihr die Musik abspielen sollt. In meinem Fall, wo ich jetzt schon einzelne Plugins geladen habe, klicke ich hier auf Relearn und jetzt fordert er mich auf, die Musik abzuspielen, damit er lernen kann. Und schon ist er fertig mit seinem Bearbeiten. Was er genau getan hat, das können wir uns jetzt hier anschauen. Er hat hier eine Reihe von Audio-Effekten geladen. Den Equalizer, der hier ganz schön mutig eingegriffen hat, wobei es schaut nach mehr aus, als es ist. Wir reden von 2 dB, die er Höhen und Tiefen angehoben hat. Ein Impact, was der macht, schauen wir uns später noch an. Ein Imager, der die Stereo-Breite vergrößert. Mit Clarity, der Stabilizer, der Dynamic EQ und der Maximizer, der am Schluss nochmal ordentlich komprimiert, dass das schön laut ist. Hören wir nochmal. Hier haben wir den Bypass-Schalter und da können wir mal hören, wie es ohne die Effekte, also ohne alle Effekte klingt. Pumpt ganz schön, aber das will man ja oft in einem EDM-Track. Ich kann hier umschalten in Bitwig zwischen verschiedenen Mastering-Ketten. Dry, da sind einfach gar keine Effekte drinnen. Dass hier noch so ein Tools ist, dass die Lautstärke um 9 dB absenkt, ist nur damit es neben meiner Moderation die richtige Lautstärke hat. Aber das ist für euch irrelevant. Foster heißt, das ist das von mir gemachte Mastering. Foster ist mein Nachname, Thomas Foster. Und da habe ich einen OTT geladen. Da habe ich einen dezenten EQ, wobei die Einstellung so gar keinen Sinn macht. Weiß ich nicht, warum die so ist. Normal cutte ich da ein bisschen die ganz tiefen Bässe raus. Normal schaut die eher so aus. Da habe ich noch eh den von Ozone, allerdings neuen, den Imager, der die Stereo-Basis ein bisschen verbreitet. Da habe ich einen Ozone Maximizer. Das ist tatsächlich eine alte Mastering-Kette von mir. Die schaut mittlerweile ein bisschen anders aus. Und ich habe noch einen Elephant. Das ist auch nochmal so ein harter Limiter. Jede Menge Effekte. Ich muss dazu gestehen, es ist nicht das beste Mastering, das ich je gemacht habe. Aber trotzdem ist das mein Mastering. Und wir können jetzt vergleichen, wie das Mastering von Ozone 11 klingt. Ihr müsst also genau schauen. Vielleicht lassen wir den Ozone sogar offen, dass man den ein bisschen sieht. Aber geben ihn so nach drüben, dass ihr hier seht, was wir gerade hören. Also das ist unbearbeitet, kein Mastering. Das ist mein Mastering. Und das ist das Mastering von Ozone 11. Hören wir mal. Jetzt würde ich sagen, führe ich euch nochmal durch die wichtigsten Module mit Schwerpunkt natürlich auf die neuen Module, die in Ozone 11 dazugekommen sind. Fangen wir gleich mal hier ganz oben mit Clarity an. Clarity macht den Sound klarer und lebendiger, indem es störende Resonanzen entfernt und verborgene Details hörbarer macht, aber ohne, dass es unangenehm klingt. Wie stark der arbeitet, können wir hier einstellen. Hören wir uns das mal an. Also Amount, das ist die Stärke, wie stark dieser Effekt arbeitet. Und da sieht man relativ deutlich, auch wie er das Signal bearbeitet, welche Frequenzen er anhebt und welche nicht. Dann haben wir hier noch den Tiltregler. Und was der macht, sieht man auch sehr schön in der Grafik. Je weiter ich den nach rechts gebe, desto heller wird der Klang. Je weiter ich ihn nach links gebe, desto mehr betont er die Bässe. Also je nachdem, was ich haben möchte, kann ich hier ein bisschen Richtung heller oder dunkler gehen. Ganz wichtig ist noch der Regler. Da kann ich eben beeinflussen, in welchem Frequenzbereich er diesen Effekt ansetzt. Im Moment bearbeiten wir nur das, was über 300 Hertz ist. Weiter runter kann man hier auch gar nicht gehen, aber man kann weiter rauf gehen und sagen, ich will nur das, was über ein Kilohertz ist, bearbeiten oder nur das, was unter ein Kilohertz ist. Also man kann hier den Frequenzbereich sehr gut einstellen. Dann gehen wir gleich weiter, wenn wir sagen, die Tiefen kann man hier nicht beeinflussen. Kann man sagen, das ist schade, muss man aber nicht, denn es gibt Low End Focus. Und das Low End Focus wurde entwickelt, um auf intelligente Weise Muddiness nennt man den Effekt, also Unklarheit zu reduzieren, den Bassbereich zu betonen und häufige Probleme im Tiefenbereich zu beheben, die mit herkömmlichen Tools wie EQ oder Dynamics eben nur schwer zu lösen sind. Dazu haben wir zwei Modes hier, Punchy und Smooth. Punchy, wenn wir mit der Maus draufbleiben, kommt hier eh auch eine Erklärung. Faster Response Time to Emphase Transient Peaks. Also da werden eher Fokus auf die Anschläge, auf die Transienten gelegt und bei Smooth wird nicht so sehr auf die Attacks, auf die Drums letztendlich dann auch gegangen. Hören wir uns den Unterschied mal an? Ja, schönes Modul, um einfach im Bassbereich nochmal effizient einzugreifen. Was ist noch neu dazu gekommen? Das Impact-Modul in Ozone, das steuert die Mikrodynamik eines Audiosignals und ermöglicht es, den Dynamikumfang mit nur einem Regler zu erweitern oder zu komprimieren, um den Sound entweder offener oder punchiger beziehungsweise dichter und homogener zu gestalten. Ja, am besten hörbar, was es macht, ist, wenn man diesen Regler hier erstmal runterzieht, dann macht er nämlich nichts. Und jetzt kann man für diese vier Frequenzbereiche, die man auch ändern kann, einstellen, was er tun soll. Ich drehe da mal die Regler ordentlich nach oben, damit da auch gut was passiert. Jetzt bin ich auf die Learn-Funktion angekommen, aber machen wir das gleich nochmal, wie wir es gerade gemacht haben. Und jetzt drehen wir mal am Amount und schauen, was er macht. Bevor wir weitermachen, gibt's einen kurzen Clip. In der Welt der Musikproduktion ist Kreativität der Schlüssel zum Erfolg. Und um diese Kreativität zu entfesseln, brauchen wir ein User Interface, das uns dazu einlädt, einzigartige Klänge zu erschaffen. Das ist es, was den neuen Apeggiator im Mugent Player 2 auszeichnet. Und so funktioniert der neue Apeggiator von Mugent. Wähle deinen Sound, aktiviere den Apeggiator, lass deiner Fantasie freien Lauf, klicke drauf los und erlebe Musik auf eine völlig neue Art. Für diejenigen, die nicht Klavier spielen, ist dieser Apeggiator ein Game Changer, der es leicht macht, musikalisch kreativ zu sein und herausragende Musik zu kreieren. Außerdem bieten wir eine Vielzahl vorgefertigter Presets an, die du ganz einfach laden kannst. Drücke ein paar Tasten auf dem Keyboard und lass dich inspirieren. Der Mugent Player 2 steht für dich zum Download auf unserer Webseite bereit. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Mein Name ist Thomas Foster und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche magischen Klänge ihr mit dem neuen Apeggiator erschafft. Danke fürs Folgen und immer kreativ bleiben. Cheers! Gehen wir gleich weiter zu einem weiteren spannenden Modul, das wir glaube ich noch nicht besprochen haben und das ist der Stabilizer. Der Stabilizer ist ein adaptiver Mastering EQ, der auf das eingehende Audiosignal reagiert und Frequenzanpassungen vornimmt, um den Klang auszugleichen oder Resonanzen zu erzeugen. Das heißt, er schaut letztendlich, was unterscheidet dieses Signal von einem weißen Rauschen und nähert sich dann mehr und mehr an. Wenn er also sieht, dass Frequenzbereiche ein bisschen weniger sind, na dann gibt er in diesem Bereich etwas dazu. Wir können hier auch wechseln von Shape auf Cut, dann tut er nur die Dinge wegnehmen, die er wegnehmen würde. Im Shape Mode gibt er auch etwas dazu. Und wir können nochmal für die drei Frequenzbereiche regeln, wie stark er arbeiten soll. Also wir können sagen, im Bassbereich soll er nicht so stark arbeiten, nur im Mitten- und Höhenbereich. Super. Schauen wir noch, was wir sonst für Module haben. Den Equalizer haben wir uns schon angeschaut. Hier kann ich einfach reinklicken und gewisse Frequenzen anheben oder absenken. Wenn ich das weiter links tue, dann bekomme ich so einen Shelf-EQ. Wenn ich aber nicht den EQ bekomme, den ich gerne haben möchte, kann ich einfach hier drauf drücken und die Charakteristik ändern und sagen, nein, nein, ich wollte eigentlich einen High-Pass-Filter und zwar einen ordentlichen mit Resonanz. Hier kann ich immer diese Noppels nehmen, um die Resonanz oder die Güte zu regeln, aber ich kann alles hier auch in dem Textfeld drinnen machen, was ich in der Grafik machen kann. Und am Schluss kann ich aber die Gesamtmenge beeinflussen. Wie immer habe ich auch Presets und kann sagen, ich möchte jetzt gern mal Vintage mit Range anhören. Bei manchen Modulen machen diese Presets extrem viel Sinn. Bei anderen wieder nicht, weil man nicht ein fertiges Poeset hernehmen kann, sondern wirklich hören muss, was dieses Modul macht. Gehen wir mal weiter, sehr wichtig, der Exciter. Was ist ein Exciter? Der fügt künstlich Obertöne durch Verzerrung hinzu. Und normalerweise macht man das ab einer gewissen Frequenz. Hier können wir vier Frequenzbereiche definieren. Können wir mal sagen, und wie macht man das? Entschuldigung, indem ich die Options- oder Alt-Taste gedrückt halte und da reinklicke, hier in diesem schmalen Bereich, seht ihr das? Wenn ich da mit der Maus reingehe, kriege ich so eine Linie mit einem Plus. Und ich jetzt mit gedrückter Optionstaste drücke, dann setze ich da einen Punkt und hier nochmal einen. So, und jetzt kann ich hier, habe ich Amount-Regler und kann sagen, wie stark ich diesen Exciter-Effekt haben möchte. Außerdem können wir es mit dem unbearbeiteten Signal mixen. Dann drehen wir mal systematisch an einem nach den anderen Regler. So würde man das vielleicht einstellen, dass man je weiter es raufgibt, desto mehr dazu gibt. Da gehen die Theorien auseinander. Letztendlich soll es eine leichte Prise Höhen hinzufügen, dass es noch ein bisschen brillanter klingt. Man muss extrem aufpassen, dass man nicht übertreibt. Ich übertreibe bei Tutorials immer sehr gerne, damit man ein bisschen deutlicher hört, was passiert. Ja, im Konkreten wäre mir das, was im Mittenbereich passiert hier viel zu viel. Ich würde mich ein bisschen mehr hier auf den Höhenbereich konzentrieren wollen. Und man muss natürlich immer schauen, wie viel Höhen hat denn das Signal schon und wie viel tut ihm tatsächlich noch gut. Das ist ja von Track zu Track durchaus verschieden. So, es gibt eine Reihe von Kompressoren. Da gibt es zum Beispiel den Dynamics. Das ist der Hauptkompressor. Und da können wir den Threshold runterziehen, um zu sagen, ab wo er denn arbeiten soll. hier. Und wie stark er arbeitet, stellen wir ein. Da ist auch ein Limiter und ein Kompressor drinnen. Deshalb gibt es hier auch zwei Regler. Lassen wir mal den Limiter ganz oben und konzentrieren uns auf den Kompressor. Wenn der ganz oben ist, macht er gar nichts und je weiter wir den Threshold runterziehen, desto stärker arbeitet der Kompressor. Und wichtig ist auch die Ratio. Das sehen wir in der Grafik. Sieht man natürlich noch die Grafik schöner, wenn ich da weiter runtergehe. Genau, je weiter ich mit der Ratio runtergehe, wenn die irgendwann mal 1 zu 1 ist, dann macht er gar nichts mehr. Und je weiter ich jetzt die Ratio raufdrehe, desto mehr komprimierter das Signal, desto leiser macht er also alles, was über dem Threshold ist. Hören wir uns das mal an. Ich starte bei 1 zu 1. Da sollte gar nichts verändert werden. Und weil der Threshold so unglaublich tief ist, wird es gleich extrem leise. Ich drehe ihn jetzt mal wieder irgendwo hin, wo er Sinn macht. Und ihr seht, da kommen auch von oben die Signale runter, wo man sieht, wie stark komprimiert er. Denn je mehr das ausschlägt, desto mehr bearbeitet er mein Signal. Und man darf hier natürlich nicht übertreiben, weil sonst pumpt das letztendlich ein bisschen. Bei Mastering, es hängt sehr von der Musik ab, weil man natürlich Jazz, Rock, Hip-Hop oder EDM-Musik völlig unterschiedlich bearbeitet. Aber sowas 2 zu 1 jetzt mal als Standardwert könnte zum Beispiel okay sein. Und wie stark man das bearbeiten möchte, müssen natürlich letztendlich die Ohren entscheiden. Was haben wir noch? Wichtig ist noch der Imager. Da können wir die Stereo-Breite bestimmen. Also letztendlich sind ja verschiedene Signale Stereo. Das könnte getan sein, die gedoppelt wurden und eine nach links und eine nach rechts gedreht wurde. Bei Chören macht man das oft so, dass man manche Chorsänger ganz nach links und andere ganz nach rechts dreht, um einen Stereo-Sound zu bekommen. Auch ein Kompressor arbeitet mit Delays und Modulationen, um das Signal, das ursprünglich Mono war, Stereo zu machen. Und all diese Stereo-Signale werden verstärkt durch den Imager. Und auch hier können wir wieder mehrere Frequenzbereiche festlegen, indem wir mit der Alt-Taste da in dieses Feld reinklicken und können jetzt für jedes Signal festlegen, wie stark der Stereo-Imaging sein soll. Ja und ganz tatsächlich im Bassbereich unter, weiß ich nicht, 150 Hertz will man in der Regel nicht viel Stereo haben. Im Gegenteil, man reduziert eher ein bisschen und schaut, dass es schön in der Mitte ist. Aber je weiter man rauf geht, desto mehr kann man hier ein bisschen hinzufügen. Hören werdet ihr den Effekt natürlich nur, wenn ihr jetzt in einer guten Stereo-Abhöre seid, also wenn ihr entweder wirklich Stereo-Boxen habt, zwischen denen ihr sitzt oder einen Kopfhörer habt. Hören wir mal. auch hier muss man aufpassen, dass man nicht übertreibt, denn je mehr man hier einstellt, desto weniger wird es monokompatibel. Ein bisschen was davon ist immer gut, aber ja, nicht übertreiben. So, Hammer, sind wir doch das Wichtigste durch. Ja, zu jedem EQ gibt es auch den Vintage-EQ, zu jedem Kompressor gibt es natürlich auch den Vintage-Kompressor. Das ist letztendlich eine Geschmackssache. Wenn man in einem Stil, in einem Genre arbeitet, wie Rockmusik, wo sich sowas wie Vintage-Kompressor-EQ anbietet, kann man damit experimentieren, ob man mit dem Klang glücklicher ist als mit dem vom normalen EQ. Manche schwören drauf, manche denken sich, der Unterschied ist nicht so wichtig. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Vintage-Tape ist vielleicht noch ganz nett. Hier kann man ein bisschen ein Tonband simulieren, das ein bisschen in der Geschwindigkeit variiert, damit es ein bisschen analoger klingt. Das ist zum Beispiel durchaus ein Tool, wo es spannend ist, Presets aufzurufen, um mal zu schauen, was so Einstellungen sind, die die Firma hier als Vorschlag schon mal vorgibt. Ja, meine Empfehlung ist immer sehr kritisch zu hören und dann am Ende nicht zu übertreiben. Man will ja letztendlich sein Signal besser machen und nicht am Ende eher sogar schlechter machen. Als letztes Tool würde ich immer den Maximizer nehmen. Wie viel der letztendlich tut, auch das müsst ihr entscheiden. Das kann man aber auch ganz gut messen. Das zeige ich euch noch. Ich messe das immer ganz gern mit einem externen Tool und das zeige ich euch jetzt auch, weil das ein kostenfreies Tool ist. Das ist der Julian Loudness Meter, den kann man sich kostenfrei runterladen. Und hier sieht man die Louves. Bei den Louves geht es eben darum, nicht den maximalen Pegel zu messen, der durchaus ja auf Null sein kann, sondern den durchschnittlichen Pegel zu messen. Und da habe ich ein eigenes Video dazu gemacht, wo das mit den Louves genau erklärt wird. Aber vereinfacht gesagt, eine EDM-Produktion halten sich, ich habe sehr viele analysiert, um zu schauen, wo sind internationale Tracks. Die sind gerne bei acht Louves und ja, ein David Guetta geht sogar mal auf sieben rauf. Das klingt eigentlich nicht mehr schön, aber ja, auch das kommt bei großen, erfolgreichen DJ-Acts in der Praxis vor. Ja, wenn ihr aber einen Jazz-Track mastert, dann ist acht Louves definitiv zu viel, dann sollte man dezenter arbeiten. Drehen wir mal ein bisschen rum und schauen mal, dass wir auf acht Louves kommen, damit wir sehen, was das mit unserem Signal macht. Und viele kritisieren das, wenn man so hart mastert, dass man auf acht oder sogar mehr Louves kommt, aber ich sage immer, es hängt vom Musik-Genre ab und bei vielen EDM-Tracks will man das, was das Negative ist, nämlich, dass man die Komprimierung und das Pumpen und all das, dass man das hört, das ist Teil des Musikstiles und man will das haben. Das, wo man in anderen Musikstilen sagen würde, das klingt nicht mehr schön, ist genau der Effekt, den man haben möchte. So, und jetzt probieren wir das mal und drehen hier so lang, bis wir auf acht Louves kommen und vielleicht gehen wir dann sogar noch kurz weiter hoch. Man muss ihm immer wieder Zeit geben, weil er braucht eine gewisse Zeit, weil es ja die durchschnittliche Lautstärke ist, aber wir sehen schon, da können wir mal zwei dB hochgehen, wir sind jetzt bei vier, ich gehe jetzt mal auf, waren wir bei vier? Ja, hören wir mal. Ja, das ist ungefähr die Lautstärke, auf die ich, also die Dichte und Lautheit, auf die ich so einen EDM-Track bringen würde und nochmal, hören wir uns mal an, wie es die meisten schon nicht mehr schön finden, nämlich wenn man, wie ich es von einem David-Getter-Track kennt, auf minus sechs Louves hoch gehe, da hat mir tatsächlich mal ein Label das zurückgeschmissen, hat gesagt, toller Track, gut produziert, aber zu hart gemastert, macht das ein bisschen dezenter und dann bin ich auf minus acht Louves runtergegangen, dann waren sie glücklich und im Nachhinein konnte ich es gut nachvollziehen, ich wollte halt damals klingen wie David-Getter und habe halt auch mal ordentlich reingehaut. Also gehen wir jetzt nochmal zwei dB hoch von 5,5 dB auf 7,5 dB und dann sollten wir mal diesen zu stark pumpenden Sound hören. wie ihr seht, man muss ein bisschen mehr noch reinschicken, damit man dort hinkommt. Umso extrem hart zum mastern ist aber der Maximizer vielleicht auch nicht das richtige Tool, also ich würde bei EDM-Tracks schauen, dass ich auf minus acht oder so etwas komme, in anderen Musikstilen wahrscheinlich eher etwas dezenter. So, zum Schluss möchte ich noch einen ganz speziellen Schalter hier erwähnen, hier ganz rechts unten, der heißt Dether und die wenigsten, die nicht aus dem Mastering-Bereich kommen, verstehen, was Dether heißt. Dether ist eine Funktion, die man beim Exportieren eines Audiosignals verwendet, um ein Rauschen hinzuzufügen und damit werden unerwünschte Verzerrungen reduziert, die beim Umwandeln von hoher in niedriger Bit-Tiefen, also zum Beispiel von 24 auf 16 Bit, entstehen können. In der Praxis setzt man das eigentlich so ein, dass man sagt, wenn man diesen Track jemand anders weitergibt, der damit arbeitet, also ihr gibt den Track jemand, der, keine Ahnung, ihn für seinen Film verwendet, dann schaltet man das nicht ein, dann schaut man, dass das ausgeschalten ist, weil Dether öfter anzuwenden ist nicht sinnvoll. Man setzt es ganz am Schluss ein, also wenn die Version, die ihr mastert, so auf Spotify hochgeladen wird, dann empfiehlt es sich, das anzudrehen. Wenn ihr also das finale Master macht, das direkt für den Konsumenten gedacht ist und nicht für ein anderes Studio, das damit weiterarbeitet. Ich glaube, so kann man es relativ simpel auf den Punkt bringen. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob dieses Video hilfreich für euch war und schreibt mir auch gerne, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ich werde mich bemühen, alles so gut wie möglich zu beantworten. Bitte abonniert auch meinen Channel und lasst diesem Video ein Like da, damit ihr keine weiteren Folgen zum Thema Musikproduktion oder künstliche Intelligenz in der Musik- und Audioproduktion verpasst. An der Stelle sage ich Danke fürs Zuschauen und immer kreativ bleiben. Cheers! Welcome to Thomas Foster Music Production.